Lieber Peter, mein allerherzigsten Glückwunsch zum zwanzigsten. Unglaublich, ich habe das mal nachgezählt mit dem 20, ob das mal so sein kann. Ja, ich weiß noch genau, als ich vor zehn Jahren das erste Mal hier bei dir war und die OK-Linsen angepasst habe, da war ja ein Monat hatte ich da ja leichte Schwierigkeiten, mich daran zu gewöhnen, nachts diese harten Linsen zu tragen. Aber wie das immer so im Leben ist, hast du gesagt, zieh das durch und die vier Wochen und dann wirst du damit glücklich werden. Naja, und du hattest recht, jetzt komme ich hier seit zehn Jahren hin. Mittlerweile sogar aus Dortmund, als ehemalige Osnabrückerin finde ich immer wieder den Weg zu dir. Und das ist immer ganz witzig, wenn ich dann hier bei dir bin und wir machen dann diese Kontrollmessung und dann holst du immer die Kollegen, weil du selber über dieses Ergebnis sagst, ach unglaublich 100 Prozent oder über 100 Prozent, ja, dann hole ich noch mal schnell, das muss ich jetzt noch mal jemandem zeigen. Dann sitze ich da, dann kommt der, dann kommt der. Und ja, es ist einfach schön, die Begeisterung an andere weiterzugeben. Ja, ich bin dann so ein kleines Versuchskanitchen, aber macht mir viel Spaß. Wollen wir mal hoffen, dass das noch viele Jahre so weitergeht. Und dann wofür stehst du? Ja, also du bist einfach ein kompetenter und netter Gesprächspartner. Und ich finde es immer sehr witzig, was du selber auch für Brillenbestelle trägst. Also angefangen von diesen Holzfarmen bis hin mittlerweile, dass es ja jetzt auch Brillen gibt aus Vinyl. Das finde ich sehr interessant und das macht dich halt auch einzigartig in Osnabrück. Alles Gute weiterhin. Ciao!